ja und hallo hier ist wieder gemach im ls 22 mal single player auf der nordflächen marsch ja unsere ernten sind hier voll im gange es ist jetzt unser feld 12 das ist fast fertig abgeerntet und ja den lassen wir jetzt hier noch laufen das ist ja hier immer viel was hier ist und dann haben wir noch die missionen am laufen die kartoffel mission da ist natürlich sehr viel noch zu tun auf den feld 71 habe ich schon mal zwei kartoffel oder laufen waren auch feste ab das klappt doch alles ja und dann wird auch immer kurz beobachten ja was der macht der dritte den ich habe er fährt gerade zum zum feld 15 das ist auch noch mal kartoffel mission und ja mit kartoffeln habe ich das jetzt voll drin und ich würde sagen das wäre ist ja okay so weil wir brauchen kartoffeln für unsere produktion beziehungsweise wir müssen halt sehen dass wir damit alle fertig werden ja zu 56 fährt er und dann werden wir die auch ob er zu der fahrt ins depot die waren alle ins depot es ist schon mal eine hausnummer kann der da auch anfangen und ja schauen wir mal ob er nur ein mieten das wäre eigentlich auch noch eine idee daten oder auch zweier und mal gucken wir mal was einer kostet in der miete 500 links kostet der natürlich mitmachen extra hofen was ist das miete 30.000 euro mieter art das ist ja schon noch mal eine hausnummer kann ich mir ehrlich gesagt so nicht leisten vom geld her schon aber ob wir auch noch etwas anders vor mir ein bisschen zu heftig wie machen wir das jetzt bei denen hier erkennt man eigentlich auch das ist für feld 56 56 56 und ich haben wir natürlich haben wir das hier eingestellt sieht man nicht ja erst mal machen wir noch mal 56 56 dann müssen wir denn hatten wir auf 28 hat man das glaube ich und auch ein stück in vorgewöhnter scharf natürlich dann tun wir den speichern würde ich sagen dann haben wir den hoch und ja dann würde ich sagen am ersten weg punkt oder kannst du erst einmal hier ausschmeißen kann man sich immer noch wo die sagen weil du bist du ja alleine du kannst du erst mal oder wohl warte mal das 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 oder deshalb gehen den tun wir tun wir das hat das hat keinen wert löschen andere mission eintragen wir werden den auch auf zwei machen dann schon besser würde ich sagen dass wir den dann auf zweimal wenn ob genau ihren auf 10 genau das passt dann tun wir den jetzt links genau genau passt es so wie sieht es hier aus hier wird irgendeiner wenn es jetzt erst mal so abfahren und da du hier aber haufen über hast fängst du am auch mal durchzunehmen ab erst mal zum feld 56 dass du da auch was machen kannst also um zum aus zum 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 Oh, das passt. Oh, my God's name. erst einmal zum feld 56 dass du da auch ein bisschen was abfahren kannst war nicht korrekt aber weil auf alle fälle da ich gehe jetzt das kleine pfitzel da und das soll mitnehmen Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ein bisschen zu weit hier reingefahren Aber gleich hier mit abladen Das auch Die nehmen wir auch hier gleich wieder abfahren Ja, ein bisschen zu weit hier Ja, wie gesagt, wir müssen halt sehen, dass wir das hier alles am Laufen halten, weil der eine ist schon vorher voll rum hier So, mal jetzt ein bisschen aufhalten Und hier geht gar nichts bei denen So, den wir hier mal ein bisschen aushalten Wenn wir mit dem hier ein bisschen vorankommen Wenn wir vorne wegkommen Das wird sich nicht gegenseitig dann behindern Oh, genau den stemmel jetzt auch gleich mal ein hier und kann ja auch gleich dahin fahren bis ja 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 Ah, das ist ja toll. hier nehme ich auch abfahren also die müssen ohne einstellen seitlich also dass der spiel erhebt und für singen die kartoffel erne die hat ganz schön zu tun jetzt dauert eine ganze weile bis der da weg ist aber es ist auch ein bisschen was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin so dann müssen wir die natürliche auch bei der Seite bringen so fahren die alle jetzt hier irgendwas haben den halten wir auf genau das passt jeder steht hier rum das natürlich nach 56 jetzt das depot ab dazu schön noch mal seine Runde genau wo ist denn der hier hängt er natürlich fest jetzt entkriegen ja in der ersten abladen können wir müssen ja sehen wie gesagt dass wir die am laufen halten natürlich schon gar nicht so einfach wie gesagt das wird uns dann eine ganze weile hinziehen hier mit die kartoffeln und ja kann man halt nichts machen aber dafür haben wir das ja alles da ne und dann stellen wir den jetzt erst mal schnell an die Seite zum warten Einsteigen Kannst du jetzt hier weiter machen? Was? Kannst du hier weiter fahren? Was? So, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gema Chago. Ciao, ciao.